Herzlich willkommen bei Walter Hess Metallbau, der besten Adresse in der Region für Innovation und hochstehenden Metallbau. Unsere Kunden sind Architekten, Planer und Bauherren aus Industrie und Privatwirtschaft. Wir planen, produzieren und montieren in unserem eigenen Betrieb. Unser Angebot beinhaltet Glasfassherden aus Pfosten, Riegelkonstruktionen, Wintergärten, Balkon- und Sitzplatzverglasungen, Türen und Tore aus Stahl und Aluminium, Fenster aus Aluminium, Brandschutzabschlüsse und Türen, Treppen, Vordächer, Balkonanbauten, kleine Stahlbauten sowie allgemeine Schlosserarbeiten. Seit 1998 sind wir stetig gewachsen und beschäftigen heute 16 Mitarbeiter, davon drei Lehrlinge. Unser moderner Maschinenpark, die kontinuierliche Optimierung der Prozesse und Weiterbildung der Mitarbeiter garantieren Metallbautechnologie auf dem neuesten Stand. Motiviertes und fachkundiges Personal sind unser Potenzial, das wir optimal nutzen. Also, wir freuen uns auf Sie. Forderen Sie uns mit aussergewöhnlichen Ideen heraus.